Oh, 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 nein, nein, lass mich in Ruhe, uah, again! Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush mit dem Kalle. Hey, hey, hallihollo Leute, wui! Endlich mal wieder mit dem Kalle, wir haben es endlich mal wieder geschafft zu hören. Lang, lang ist es her. Ja, ist wirklich lange her und ich würde sagen, wir beginnen einfach direkt. Wir spielen mit Phantaser, mit Rainbow und mit Nether und mit Twitter oder Social Media Lucky Pops. Oh, so crispy. What the fuck? Oh, 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 nein, nein, lass mich in Ruhe. Wenn dir Mobs auf den Keks gehen, sag vorher Bescheid, dann kannst du Slash Leg 2 machen, dann gehen die Mobs weg. Aber die sind bei mir jetzt sowieso weg. Woah, blitz, okay. Okay, what the fuck? Nein, 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 Gönne ich mir hier so richtig Oh, Alter Ah, das ist schon mal richtig gut hier Warte mal Was ist das hier? Zack Uh, ich habe einen Command-Block bekommen Super Evil-Story-Mode-Block Was ist das? Oh, läuft Ah, okay Können wir nichts mitmachen Oh mein Gott Scheiße, wie viele Boote Magst du mal ganz kurz die Items clearen? Warte kurz Ich habe tausend Boote hier stehen Oh, warte, warte, warte Ich muss was machen Oh Mann Genau, hier so Slash Leg 1 Muss man dann machen Danke sehr Also nur machen, wenn alle damit einverstanden sind Hey, ich lasse das lieber dich machen, das ist besser Okay, gut Oh Mann, das ist alles zu teuer hier Ja, geil, okay Die nehme ich auf jeden Fall mit So Ah, eine Workbench Die behalten wir da einfach mal So, was bekommen wir hier noch? Uh, ganz viele Blöcke What a fish Oh Okay, ähm Wow Wow Was hast du denn für Blöcke bekommen? Wow Nee Alter Ah, nein, 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 nein Tilla Bunny, tschüss Ah, Mist Wow 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 Machst Du kannst ruhig, wenn du gleich Zeit hast Hier sind zu viele Viecher Nein Ach, Mann Machst du mal Stop Leg Leg Zwei Danke sehr Oh Mann Leute, keine Angst, wir kommen trotzdem noch in die Mitte Ich lass dich das lieber machen Weil, weißt du, dann sind wir auf der, auf der safen Seite Okay Uh, ich hab schon mal ein Schwert bekommen Das ist schon mal ganz gut Kann ich mich wenigstens behaupten Ja, ja, ist okay Kalle What the fuck Hilfe Uh, Diaz Mann, Alter, das, das ärgert mich jetzt, dass ich diese Enderperle so verbraten hab Ach, wollte ich in die Mitte Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ich hab mich gerade nicht Das Zeug Die Fantasie hat lachen Blocks Die, die Regeln, das brauch ich nicht So Komm mal her What What Ja, nein Oh, mein Gott Nein, 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 nein Lass mich doch in Ruhe Oh, oh, oh Was ist das? Was ist das? Oh Oh Holy Oh, was? Oh, mein Gott Ist das ein Riesending, Alter Oh, mein Gott Ich hab meinen Pimmel gedroppt bekommen Was? Ein Riesenhammer, du Ein Riesenhammer Tschüss Ja, gut, da ist es weg vom Fenster Läume laufen die ganzen Katzen hin und her Und, was ist das hier? Oh, okay, es ist gar nicht so schön Okay, das hier ist die Kiste, die man nicht öffnen kann Warum? Warum ist das? Was? Schärfe drauf auf der Brustplatte Das verstehe ich nicht Ja, damit kannst du dann auch schlagen, ne? Ja, gut Ja, geil Oh, nice Ich hab meine, ähm Warperlen Jawohl, Leute Warperlen Ihr wisst, wohin das führt So Und so Und so Ja, jetzt machen wir erstmal das hier Was ist das, was ist das, was ist das? Ein Peridotblock? Ja, 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 damit kannst du, äh, nichts machen Nix machen Achso Na gut, der ist jetzt weg Yo, ich hab nen Nuke Aua, 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 aua Aua, aua, aua Ich bekomme keine Blöcke für die Mitte Basti, ja, auf jeden Fall Ja Ey, ich bekomme keine Was ist das jetzt schon wieder? WTF? So Der geheime Creeperbund hier Guck dir das mal an Oh, ich hab ein Schwert bekommen Das brauche ich nicht Mann, ich hab gar keine Blöcke, um mich nach vorne zu bauen Ja, was ist denn los? So Und dann machen wir hier Oh, die, oh, die, nein Die Creeper sind am Arsch Okay 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 Das andere hat mir ein Health Boost gegeben Sind hier Blöcke drin? Nein Ach Ich hab hier mega das Pech, Kalli Was ist das denn? Was? Das sind Instagram Potions? Nois Wenn die Hauchwerten direkt auf Ach Warte mal, wenn ich es so mache Ich mach das jetzt einfach mal so Mach es so, zack So, den Rest lass ich mal hier Keine Ahnung, was die mir bringen Aber ich hab hier noch einen Oh, ähm, Dingsens So Ups Oh Mann, äh Oh mein Gott, hier sind irgendwelche Eier Golden Apple Cow Bude, was? Ja, ja Da kannst du, äh, dir Sachen draus machen Ey, ich hab keine Blöcke Sowas kam mir noch nie wirklich vor Also, um mich nach vorne zu bauen So extrem selten, dass ich keine Blöcke hab Komm, ich brauch irgendwelche Blöcke Keine Blume Ich brauch Blöcke Tschüss damit Das brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Hier liegen noch ein Pop Oh mein Gott, ich hab nicht Ah, jawohl Nice Oh mein Gott Alles voll TNT Okay Ah, was haben wir jetzt noch mal das weg So, zack Nice Okay, gut Gut, okay Ich hab was, um mich nach vorne zu bauen Wow So, zack, 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 zack Hast du viel, um mich nach vorne zu bauen? Was? Du hast nicht genug, ne? Äh, ich hab jetzt erst überhaupt angefangen, mich rüber zu bauen Hätte ich am Anfang einfach die Enderperle nicht verranzt Ich hab einfach zu kurz gezielt Aber naja So, ich baue mich jetzt rüber dafür Okay, wie viel fehlt noch, wie viel fehlt noch? Alter Kalle, nein Tut mir das nicht an Tschüss Ciao Kalle, meine Mitte Lass es Kalle, aus Warum kriege ich grad so viel Brot in mein Inventar? Das ist, wenn du Brot in der Hand hältst Holy yes, ich seh's gerade, warum? Das ist halt diese Attacke vom Brot Die Attacke vom Brot Kalle, nein Ich bin schon gestorben Was? Nein, du hast mich gekillt Ich seh dich doch da mit deinem Scheißhammer Lass es Tschüss Nein Ich wollte grad noch schnell eine Wall bauen, damit ich so ein bisschen safe bin Boah, ey Kalle, das kann nicht gut gehen So, zack, zack Alter Was ist das mit diesen Broten, Alter? Ja Die Brote sind hardcore, ne? Halleluja, echt Hallo Julia, was? Genau Ja, die Juja ist hier So So Okay, Kalle Wo bist du Schlinger? Ups Ja Ich hab die Mitte für mich Ja Ja, Kalle Oh Warte, erst hab die hier öffnen Ja, noch mehr davon Ja, noch mehr davon Ja, noch mehr davon Oh, ne Die hat die Mitte ein bisschen versaut jetzt So, wir sind da mir grad Smell Hä? Was ist Smell für ne Verzauberung? Halleluja, was machst du da? Ja Nix Okay, was hat der hier zum Alter, das ist doch echt nicht dein Ernst Yeah Was? Das soll denn dein Ernst sein, Kalle? Dieses Spiel Was hast du mit diesem Spiel? Das Spiel ist voll in Ordnung, Kalle Warte mal, das hat 13,25 Wie viel hatten Hä? Was wollte ich Was hab ich denn vorhin? Der 13, Lol Der Cookie ist Nee, ist nicht besser Nein, Kalle Ja! Alter Du hast dich zwar noch getötet, aber du bist weg Ich hab dich mit dem Pupbow getötet Ja! Der Pupbow regelt, Kalle Nice Revanche, Digga Der Pupbow Der ist mega OP So, wo bist du? Alle aus Oh nein, doch jetzt hör doch auf mit dem blöden Bogen Der Pupbow, Mann Wow Alter, was war das? Eine Explosion Eine fette Kalle Alter, Digga Ist das dein Ernst? Du hast mich grad voll erschrocken Ja, ja, ja Alles mein Ernst, Kalli So Machen wir das hier mal weg noch Ah, nee, brauchen wir jetzt erstmal nicht Ah Nein, ich bin in einem Glas Mit Wasser So, hier raus Wo ist der Kalle? Okay, der braucht ein bisschen hier Wow, ey Es ist gerade wieder eines Eines der geilsten Battles Finde ich Was machst du da? Beatbox So Okay, warte Rainbow Lucky Potions Healing Lucky Potion So Pink Eggs Brauch ich nicht Äh, 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 äh Was nehm ich? Ich nehm nicht eiskalt diesen Cookie als Waffe Obwohl, nee, das ist ja tatsächlich besser Ähm Was ich noch machen Testen möchtest Was? Ups Okay, gib mir das Effekte Nee, nur kam Oh Oh Geil Oh So, jetzt halten wir erstmal Kalle da so ein bisschen fern Warte, geht das klar Kann ich den Kalle da hinkorten Jaaaa Hä? Wie machst du das? Ich rollen mit meinen Warbperlen Aber wieso, wieso kannst du, du musst mich doch dafür treffen, oder? Nee, nee, nee Du musst nur in der Nähe davon sein Alter, kann dieser Squid da weg? Alter Dieser Squid, Mann Kalle, wo bist du? Lebt deine Wolle überhaupt noch? Ich hoffe es Nee, Kalle, lass es Hä? Ich kann dich rausporten Okay, hier scheint die Wolle nicht zu sein Kalle, nein, lass es Ich will nichts machen, lass mich doch einfach laufen Nein, ich lass sie nicht laufen, Kalle Du suchst bei mir, ich such bei dir Das ist kein guter Deal, Kalle Kalle, nein Oh Basti, du bist ein dummes Sau, bist du Echt? Eine dumme Sau bin ich, okay? Ich wollte eigentlich nur noch Wichser sagen Oh Komm mal her, du Komm mal her Komm mal her Du Schlawiner, du Alter What the fuck Hä? Du hast... Ah, du hast Spawn Protection Verdammt Mist Ist das dein Ernst? Ja, Alter Du hast die Wundergeport Kalle Was hab ich? Ich will wissen, wo deine Wolle ist Warte, bleib mal kurz drüben Ich geh mal kurz gucken, ja? Ob sie noch da ist Gucken, ob sie noch da ist, okay Mach das mal gut Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich die hingepackt habe Ja, du bist witzig, Kalle Oh, jetzt hab ich diese Portion noch Nice Doch, sie müsste noch da sein, ja Doch, die ist noch da Okay, gut Dann, ups Und versuch ich jetzt mal zu dir zu kommen Oh! Hör, was hast du jetzt gemacht? Rotage, du getut, Kalle Oh, man Es ist mal wieder ein nices Battle hier Es gefällt mir mit dir, Kalle Tschüss, Kalle Oh! Macht der keinen Schaden mehr? Nein! Bleib weg! Bleib weg! Hä, was? Junge! Hast du hier irgendwas getrunken? Ja, alles Alles, Alter Ich hab den Wallhack getrunken Nein, jetzt ernst Hast du irgendwas getrunken? Ja, ich hab jetzt so eine Lucky Potions hingeworfen Die haben hier Effekte gegeben Ach, Mann Das hat mich schon gewundert Weil vorhin hatte ich der Bogen One-Hit gemacht Aber weißt du, was auch gut ist, Kalle? Das da Oh, warte Warte, das da Hä? Mann Das da Das ist, Kalle Oh, Alter Das ist doch Wie viel hast du davon denn noch? Jetzt noch drei Oh, Mann Die sind echt gut, gell? Wenn du die besitzt, dann bist du gut, Kalle Dann bist du richtig gut Hä, wo bist du? Ah! Tschüss! Ja! Wow! Ist deine Wolle noch da? Ach, Kalle, weißt du was? Tschüss! Hä? Meine Wolle ist sicher noch da Jaja, meine Wolle ist noch da Ah! Danke, jetzt hast du nur noch einen Nein! Erzählt mit, dieser Sack! Alter! Kalle? Basti! Kalle? Nein! Was ist denn los, Schnucki? Lass es! Ich mach nix, Mäuschen Ich such deine Wolle! Ja! Boah! Lass mich doch einfach durch! Lass du mich doch einfach zu deiner Wolle! Ja, ich will auch nur zu deiner Wolle! Ja! Weißt du! Hey, du darfst nicht Slashkill machen! Achso, sorry! Okay, merk ich mir fürs nächste Mal Man sollte es nur machen, wenn man nicht stirbt Okay, merk ich mir fürs nächste Mal, sorry Okay, okay, okay Ja, ist nicht schlimm, Kalle Wollen wir uns jetzt aneinander vorbeilassen oder nicht? Ja, okay, wir lassen uns jetzt aneinander vorbei Ey, Will, du ziehst mich nochmal tot! Wie, Will, ich schieße mich nochmal tot, Kalle? Ja, so im Hinterrücks, weißt du, wir rennen und du bist bei meiner Base und ja, tschüss! Alter! Bist du tot jetzt? Ja, ich falle da runter! Oh, ich dachte, du fällst nicht runter, ups, sorry! Kriegst du jetzt wieder! Hä? Kriegst du wieder! Komm, krieg ich das jetzt wieder? Was machst du denn da? Meine Rüstung ist doch gut! Oh, fuck! Oh, okay, wir lassen uns ja Jaaa! Nein! Okay, komm, lass dich jetzt vorbei Geh halt, mein Freund Geh, aber geh mit Gott Genau! Gott, komm, ich nehme deine Hand, komm mit mir mit! Hui! So Wir wissen, wo deine Kackwolle ist, Kalle Das will ich auch gerne über deine Wolle wissen Meine Güte, Kalle, wo hast du... Oh! Kalle, ich habe deine Wolle! Nein! Ernsthaft? Ja! So schnell! So schnell? Ey, Kalle, aber wie soll man da hinkommen? Mit einem Block einfach hinsetzen? Jaaa! Aber wir haben doch... Okay, jetzt konntest du auch nicht wissen, dass wir die Regel haben, dass man nur an die Wolle darf, oder nur die Wolle, wenn man ohne Block hinkommt. Weil ich habe jetzt zum Beispiel keinen Block, egal, ich habe jetzt so einen Lucky Block genommen, wenn es okay für dich ist. Ja, ja, alles okay Also deine Wolle ist jetzt weg Okay Okay, jetzt muss ich dich töten Wenn du jetzt so stirbst, ist nicht schlimm, weil wir haben jetzt auch eben die Regel, dass wir, dass nur Spieler-Kills zählen Achso, wenn ich jetzt so wundervolle ist okay Ja, wenn du jetzt so runterfällst, ist in Ordnung, ich muss dich töten Okay Okay So, I'm on the way, Kalle Wo ist er denn? Warum kann ich hier nicht setzen? Ja? Wie, warum? Ich konnte da gerade nicht setzen Nicht? Okay, Kalle, sollen wir es explosiv machen? Nee, komm, lass wenigstens 1 gegen 1, richtig Was heißt 1 gegen 1? Okay, ich gehe einfach hin und kill dich jetzt Wenn das okay ist für dich Ist denn diese blöde Wolle? Nee, so safe, so Schwert gegen Schwert War es das Schwert gegen Schwert? Hallo, das ist ja zu easy Guck Oh man, ich wollte Ich habe extra so eine Portion genommen, aber die hat mir echt nicht viel gebracht Wir haben mir zwar voll viele Herzen gemacht, aber du hast mir die Herzen echt weggesnackt, ne? Warte mal, komm mal kurz her, ich will mal was testen Ich will mal was testen, komm mal kurz her Okay, okay, ich komm mal kurz her, Kalle Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen